So, die... Hast du gesehen? Wen hab ich gesehen? Die... die... Lesel hat genau das gesagt, was du gesagt hast. Ob unser Antifakt die Waffe ist. Die, die suchen. Ach so? Ne, das hab ich nicht gesehen. Die gehört in unserem... Geil, ich hab ne richtig geilen Zauberrat gefunden. Okay. Gut. Ja... Der denn? Uh, der ist wirklich gut. Aber Rad 2 kann ich grad nicht benutzen. Und wo ist sie? Da hinten ist der Gefangene. Honest, ich hab nicht. Okay. Ich weiß nicht, was... Hier ist auch noch mal ne Tür. Keine Ahnung, wo die hinführt. Ich, äh, ich rede grad mit dem... Ja, ich seh's. Du merkst keine Reaktion aus dem unblinkenden Augen. Fröhlich bin ich. Was? Also gehen wir zu dem Gefangenen. Ja. In der Nähe ist der andere auch. Hier ist noch ein Charakter, den hab ich noch nie gesehen, glaub ich. Der Abdirak. So, wo zuerst hin, wir könnten mit diesem Typen in der Mitte reden, ich weiß nicht wer das ist. Oder wir reden erst mit dem Gefangenen. Oder wir holen erst... Ich hab ein bisschen Angst, dass es eskaliert, wenn wir versuchen, den hier rauszuholen. Hm. Ja. 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 Ich verstehe. Ach, ich kann ja keine Türen mehr zuschließen. Das wär hier, glaub ich, hilfreich. So. Reden wir doch mit Abdirak mal. Du oder ich? Hm? Mir wurscht. Dann red ich jetzt mal. Kannst du den Gefangenen nachher befragen? Es sieht gefährlich aus, der Abdirak. Was ist das? Du kennst dich den Gefangenen. Du kennst dich? Der Mann ist ein Follower von Leviatar, Gud von Pain. Ah. Du, auch hier bist du mit dem Gefangenen? Ich bin geinget worden, Ich habe ihnen ein paar von meinen Techniken gezeigt. Ich arbeite für Schmerz und ihre Intricaten, duhst du? Aber diese Goblinien sind auf der Krüge und Primitivität. Schmerz ohne Grund ist eine schreckliche Sache, nicht wahr? Hm. Ja, jemand, der sich ein Schmerz von Schmerz ist. Schmerz ist intim und lieblich. Aber versuchen wir das mit diesen Schmerzen zu diskutieren. Meinst du, der will uns auch helfen? Die wollen uns natürlich alle helfen, gell? Aber es wäre interessant gewesen, wenn du mit ihm geredet hättest. Hm. Vielleicht solltest du das gleich noch machen. Gleich, wenn du noch mit mir reden willst. Es ist kein Wunder, dass du Schmerzen von Schmerzen und Angst bekommst. Bitte, lass mich diese Schmerzen erheben. Und diese Schmerzen. Als Schmerz von Schmerzen, die Gottes Lovieta uns über die Schmerzen, durch die Schmerzen, durch meine Schmerzen. Schmerzen. Schmerzen kann meine Schmerzen und Schmerzen. Die Schmerzen von Schmerzen. Die Schmerzen von Schmerzen. Die Schmerzen werden es nicht wert. Ich versuche es. Ich versuche es. Alles klar. Wir sehen uns, was seine Schmerzen könnte sein. Schmerzen von Schmerzen. Hm. Ich weiß leider nicht mehr, welches Buch das war. Und ich weiß nicht, was diese Antwort bedeutet. Hm. Deutet, dass ich greife ihn an, um es bei ihm auszuprobieren? Weil das will ich ja nicht. Nee, ich glaube nicht. Wahrscheinlich kriege ich jetzt auch so einen bescheidenen Debuff wie du. Oh. Ich habe etwas. In meinem Schmerzen. Das ist einverstanden. Super. Weisst du, wenn er mich erinnert an den Schänger von Rammstein. Hm. Der ist viel älter. Weiss ich trotzdem erinnert er mich. Und wir können beginnen. Ja, dann pass mal auf, was er mit dir macht. Nicht, dass er dir K.O. Tropfen irgendwo rein tut. Der schlägt mich. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Ähm. Ja, ich würde mich ja ganz erwarten. Es ist nur nicht so einfach. Ach. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Was? Was machst du da? Nein. Oh. Ach, ich weiß. Ich weiß. Pass auf. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh Gott. Du bist du, lieber Herr. Wimper, kreie, beg. Lass es alles raus. Au. Au. The pain is proof that we live. Revel in it. Weisst du, wieso das manchmal nicht funktioniert? Dass ich diese Bonuswürfe kriege? Warum? Ich glaube, es liegt daran, dass ich den Würfel, also dass ich drücke beim Würfeln. Und wenn ich nicht klicke, dann kommt dieses Plus 3 noch dazu. Ich würde das jetzt mal. Also, vorher habe ich nicht gerade die Klick, jetzt klicke ich nicht. Siehst du das? Aha. Aber ich klicke den Würfel immer an. Das ist ein völlig absurdes. Ja, oder das wird automatisch dazu gerechnet, wenn ich draufklicke. Ach so. Hm. Hm. Es ist eigentlich ganz gut, dass ich den gefällt bisher, wenn ich nicht, wenn ich schreie, also... Vielleicht ist das ja was Gutes, dass ich den Würfel nicht besteh. Bin mir nicht sicher. Soll ich ihn jetzt mal platt machen? Hm? Hm? Ob du ihn platt machen sollst? Ja, ja. Quatsch. Boah, ziehen wir jetzt schon durch. Schauen wir mal wie langs geht. Du wimmst so gut! Du bist so gut! Bist du totlos. Ja, jetzt bitte. Ja, willkommen in der Sanomaso Show. Ah, ok. Der schlechte Würfel kommt dran. Du wimperst so leicht, so süß. Süßes Kind, du brachst die Schmerzen wie ein Traum. Ich bin froh, dass du dir diese Begründung serviert hast. Interessant ist eine Begründung, mein Lieber. Lovieta selbst hat deine Leistung inspirierend. Sie hat dich wertvolle von ihr. Und auf persönlichen Noten... Danke. Das war positiv... ...divine. Oh, was hast du denn gekriegt? Sieht so aus, das wird zu blühen. Merz ist der Weg zur Klarheit. Wenn du höchstens 30% deiner Trefferpunkte hast, erhältst du 3 Züge lang einen Bonus von plus 2 auf Angriffswürfe und Weisheit Rettungswürfe. Mhm, okay. Das ist gut. Wie lange hält das? Na nicht. Für immer? Für immer? Oh, ne Ahnung. Steht nix anderes. Der Zustand ist wie bei dir dein... Wie mein Auge. Dein Auge. Okay. Willst du uns den Gefangenen machen? Ich hole mir jetzt ein paar Kommibärchen. Kannst du überlegen, ob du den machen willst. Bin gleich wieder da. Ja, noch schnell aufs Klo. Okay. Ich hoffe, der schlägt mich nicht der Gefangenen. Hm, hm. Nichts. Ich kann dir dir Frieden, du wissen. Oops. Aber nein. Du musst dich aufhören, nicht wahr? Woher sie fliehen? Du dummer Rat. Bitte! Stopp! Oh, ein Drow? Ich... 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 jetzt muss noch kurz warten. Ich bin ein bisschen zu nah herangegangen. Das war's für heute. das will ich nicht mehr handeln kann man mit dem handeln war tatsächlich wieder da willkommen zurück bin schon im gespräch bin zu einer angegangen also ich versuche es nicht ich kriege ergebnisse so bitte bitte lass mich raus keine Grund für das Ich glaube sie haben ihn gegessen, oder sie essen ihn noch gerade. Ich weiß es nicht. Er hat sich in eine Bär, aber ich habe ihn verloren. Ich weiß nicht, ob er noch ist. Das ist alles, was ich weiß. Bitte, weg mir hier raus. Versuch das weiter, ihr schafft das schon. Nein, nein, bitte, bitte, nicht töten mich. Haben wir die Informationen bekommen, die wir wollten? Ähm, ne, wir wissen nur, dass der Zwerg, das wussten wir auch schon vorher, dass der Zwerg das hat. Ja, aber das Gedicht haben wir ja schon. Das Nachtlied haben wir schon? Nein, das Gedicht. Welches Gedicht? Wir haben diesen Weg ja nach unten schon gefunden. Hm. Ach so, aber das Nachtlicht, so wie das Nachtlied... Ach so, verliert sich im Unterreich. Ah, okay, okay, verstehe. Dann haben wir das ja eh schon gelöst. Wobei, die Drau-Kommandantin meint ja, dass das Artefakt... Im Smaragdhain ist. Aber ich weiß nicht, ob das ein und das gleiche Teil ist. Ich auch nicht. Und die Drau-Kommandantin wollte ja auch... ...ins, ins Heiligtum kommen. Aber sie meint wahrscheinlich den... ...den Druidenhain, oder? Mit Heiligtum. Ne, ich glaub, die meint das unter dem... Aber die Goblin-Priesterin war da ja quasi schon. Die hat ja... Das war ja quasi ihr Hinterzimmer. Ne. Ja, aber die war ja noch nicht unten, da war ja zu. Da war nicht zu. Die möchte wissen, wo sich die Abenteurer versteckt haben. Die... Die, ja genau, die Abenteurer. Aber das konntest du jetzt gar nicht fragen? Ne, weil ich ihn ja ähm... Ich hab ihn quasi von unserer Seite her verhört und nicht von der Seite der Minara. Hast du dich dafür entschieden? Ne, ich konnte nichts auswählen. Das waren halt die Fragen, die vorzufügen waren. Vielleicht muss ich das machen, weil ich mit ihr geredet hab. Please... Let me out. Ähm... Ja, mach das mal. Lauf ich denn? N-no! Please... Don't hurt me! Ah, du hast einen anderen Dialog, ja. Was hast du gesagt? Immer mit dir ruhig, ich bin zum helfen hier, oder? Ne, ne, du hast einen ganz anderen Dialog. Ich hab äh... Ich hab ganz andere Antworten gehabt. Ich kann dir nicht erzählen, wo die Groove ist. Please... Wenn sie herausfinden, dann... ... sie werden alle töten. Oder es gibt einen Weg. Und hier in den Haien, das ist das, wo wir hinten rumgegangen sind, wo du meintest, da sind die Goblins, die wir noch nicht gekillt haben. Ah, okay. Vielleicht... Dann... ... warum? Hm. 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 Wir könnten ihn freilassen und als Ablenkung benutzen. Aber können wir... Kann er hier irgendwo fliehen? Das ist ja... Ich meine, das stimmt ja einfach, wenn wir ihn freilassen. Ja, sind ja wir schon direkt im Kampf dann. Wenn das passiert. Aber ich weiß ja nicht, was wir jetzt machen sollen, weil wir haben ja jetzt keine Antwort von ihm bekommen. Naja, du hast ja auch gesagt, du kannst sie verwirren. Also du kannst jetzt quasi zu ihr gehen und behaupten, du hast eine Antwort gekriegt und wir killen ihn jetzt. Damit sie es nicht nachprüfen können. Du kannst ihn auch töten und nochmal befragen. Das würde auch reden, ja. Ich weiß... Ne, dann würde er nicht mit uns reden, wenn wir ihn töten. Soll ich erstmal drüber gehen? Ja. Wo geht's denn hier eigentlich hin? Das ist auch so eine Stelle, an der wir waren. An... 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 An der... 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 An der...